So Leute, da bin ich wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich öffne Tresore. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nicht wundern, hier kommen Gratitionen, ich bin in Gruppenkeile im Modus, aber ich habe es eben auch im Solo-Modus probiert. Ich finde einfach keine Tresore mehr. Ich zeige euch mal gerade eine kleine Karte, wo alles Tresore sind. Hier blende ich die Karte gerade mal ein. Ich bin ja extra in Sweetie Sense. Ihr wisst ja, ich bin früher eh immer in Sweetie Sense gelandet. Wegen den ganzen Mechanik-Teilen, Bogenherstellen etc. pp. Ich war eben dann noch bei Dirty Dogs, bin auch hier die Punkte so abgegangen, die vier Stück. Aber ich finde einfach keine Tresore. Weder Solo noch in Gruppenkeile. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Schreibt es einfach mal bitte in die Kommentare, ob ihr irgendwo noch Tresore findet. Aber gefühlt bei mir keiner mehr da. Ja, und ich war jetzt schon in, lass mich lügen, viermal hintereinander in Sweetie Sense. Sei es zweimal Solo, zweimal Gruppenkeile. Ich hoffe aber, ich konnte euch weiterhelfen hier mit der Karte. Gern ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.